Ja Leute, da bin ich es nochmal. Das ist jetzt der zweite Teil vom Video. Ich habe vor lauter Labern ganz vergessen, euch zu verraten, was es mit der Silvesterpumpe auf sich hat und was der wahre Grund ist für die Pumpe. Ich finde das so cool, dass ich übersetzt die Pumpe. Also Leute, ich lese mal ein bisschen kurz vor, damit ihr kurz informiert seid. Bitcoin hat beschlossen, mit einer 3% Flashpumpe, die vor einigen Stunden vor Reaktionsschluss, wer auch immer diesen Reaktionsschluss gehabt hat, heute wahrscheinlich, auf dem Markt war, ein großartiges Geschenk für den Großteil des Kryptowährungsmarktes zu machen. Und jetzt ist der Grund dieser Pumpe. Einige Händler sind davon ausgegangen, das ist noch nicht der Pump, äh, nicht der Grund, der Pump, der Grund des Pumps. Einige Händler sind davon ausgegangen, ich habe noch nichts getrunken, Leute, wenn ihr glaubt, es ist Silvester, ich habe schon was getrunken. Nein, 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 ich habe irgendwie keine Ahnung. Einige Händler sind davon ausgegangen, dass die plötzliche Kaufkraft auf dem Markt aufgrund der von einem extrem überverkauften Markt lange erwarteten technischen Erholung entstanden ist. Das ist ja schlecht übersetzt. Aber jetzt kommt's. Die wahre Ursache liegt im Verfall der Optionen im Dezember. Also im Dezember sind die Optionen ausgelaufen mit einem maximalen Schmerzpreis unter 47.000 US-Dollar. Nach dem Ablauf werden die nächsten Optionskontrakte, sorry, Optionskontrakte, ich habe echt nichts getrunken, Optionskontrakte zum Hauptinstrument des Marktes, um Positionen abzusichern oder auf den nächsten Bitcoin-Preis im angegebenen Zeitraum zu wetten. Und da ist jetzt die große Frage, wo gehen die Wetten hin, nach oben oder nach unten? Und die Bitcoin, da Bitcoin eher Derivate als Tendenzen auf dem Spotmarkt folgt, sind Optionen und Future-Kontrakts zwei Haupt-, 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 Haupt-Determinat-, ja was auch immer, im Bildungsprozess. Der Verfall von Optionen wirkt sich jedoch nicht direkt auf den Preis aus. Stattdessen kann der maximale Pay-Price der Optionen als Richtlinie für den Spot-Trader dienen. So, jetzt wisst ihr es mal, der Hauptgrund für die Pumpe ist eigentlich laut diesem Bericht hier gewesen, dass hier eben diese Optionen ausgefahren, verfallen sind und der Schmerzpreis lag hier mit unter 47.000, da haben wir, ja, okay, wie auch immer. Aber ihr wisst jetzt mal Bescheid, Leute, das wollte ich eigentlich im vorigen Video noch dazu sagen, jetzt mache ich ein extra kleines Video dazu, auch egal. Schönen Silvester, guten Rutsch, macht es gut und schaut euch die Analyse von vorhin an, 13 Minuten, aber die zahlen sich wirklich aus, ist eine gute Analyse. Ciao, euer BT.